Mein Wiedereinstieg ins Laufgeschehen Anfang des Jahres lief ja sehr gut. Ich habe sehr gute Wettkämpfe gemacht, hatte halt auch etwas Pech, leider bei den Wettkämpfen, wo es eben gezählt hat. Und ja, jetzt hoffe ich natürlich mit Berlin dieses Jahr versöhnlich beenden zu können, weil ich mit diesem Jahr nicht zufrieden bin, auch wenn ich bis auf den Marathon überall Bestzeiten aufgestellt habe. Es fehlt so diese innere Zufriedenheit und die kann ich mir nicht auf Unterdistanzstrecken holen, sondern wirklich nur auf meiner Hauptstrecke und das ist nun mal der Marathon. Eine 2.30 und runter, also wenn da eine 2 noch davor steht, das wäre schon klar, das ist ein Ziel, das ist auch für mich ein Ziel. Ich will alles geben und freue mich dann riesig durchs Ziel zu laufen und sagen zu können, Katha, du kannst noch laufen und du kannst dich auch noch zeigen und das wäre schon schön, ja. Und das hier in Berlin, in der Hauptstadt, das wäre schon bombastisch, weil Berlin ist nun mal der Marathon, ja. Und dann auch. Untertitelung des ZDF, 2020